Hey und hallo zu Sims hier und zu Inja und den Errungenschaften aus Sims hier und ich hab da ja nicht angefangen, schon als Telefon die Klingeln, wie ihr es mit einer Vorstellung in der Stadt, bist du dabei? Dashi hat angerufen und ich sag mal ja, ich bin völlig verdattet, ich weiß noch gar nicht, ich weiß überhaupt nicht, oh du Schande, es sieht total schlimm aus, also ich hab jetzt ja gesagt und was ist jetzt los? So, eben sind Rechnungen im Briefkasten gelandet, ich kann nicht gut an deinen Briefkasten dran, aber ich hab's geschafft, so. Okay, und dass Dashi angerufen hat, find ich auch ganz toll, aber ich weiß überhaupt nicht, wieso kann er nicht an meinen Briefkasten? Äh, gut, ich weiß überhaupt nichts und ähm, das ist der Müllschlocker und nicht der Briefkasten und hier sind 1000 Briefkasten. Da kann ich aber nicht reinklicken. Ach hier, Miete bezahlen. Haben wir überhaupt so, so viel haben wir. So, dann kicken wir mal, Spaß fehlt dir und Hunger hat sie auch ein bisschen und irgendwie kann sie leider ihre Pflanzen... Was ist denn das, ein Zwiebelbagel? Achso, das sah wieder so... Wieso klopft's? Ach, er klopft. Was will denn der? Wieso kommt der hier rin? Ey, raus! So, in das hier... Ist der doof? Ach, es ist eine Frau, ist aus dem Dorf. Spinnt die? Kann man nicht sagen Tschüss? Bitten abzuhängen, mehr Ausfall. Ich glaube, das ist gemein. Ach, geht schon, von alleine. Geht die Tür zu? Dann wollen wir mal gleich abschließen. Abschließen für Enya. Für jeden aus der Enya müssen wir aber so passen, wenn sie Besuch kriegt, dass wir dann wieder aufschließen. So, nun ist sie doch den Zwiebelbagel, wollte ich gar nicht. Naja, blöd, aber blöd mit der Einladung in der Stadt. Dass sie die irgendwie nicht, oder dass sie ihr nicht nachkommen kann, dass sie nicht weiß... Ich kann auch die Pflanzen... Jetzt kann ich sie doch weiterentwickeln, hab ich ein Glück. Jetzt hab ich gedacht, ich kann das nicht. Müssen ja eigentlich fast alle sein. Aber ich kann auch keine Ableger nehmen, das finde ich auch doof. Ist das auch nicht, das nicht? Hier blinkt's noch. Entwickeln mal weiter, musst du nicht auch mal arbeiten gehen. Montag, 13 Uhr. Hab ich verpasst. Schachspielen, Montag hat sie frei. Schachspielen, achso, sie hat drei Tage frei. Cool. Glück gehabt. So, okay, hab ich sie von dem Bagel jetzt weggebracht hier. Los, isst ihn mal auf inzwischen. Okay. Aber dass sie auch weiterentwickeln kann, finde ich schon ganz toll und danach kannst du dich mit deinem Klo mal unterhalten. Das ist nämlich auch nicht so prächtig irgendwie die Beziehung. Gucken wir uns gleich mal an. Ach, hier unten ist der Strich, hat's gesagt. Freund. Freund. Beziehung Freund. Okay, na, das ist ja was. Aber ich kann, vielleicht sollte ich mal weggehen. Ich muss mal ausprobieren, ob ich irgendwie den Klo besuchen kann oder klingeln kann oder anrufen kann oder irgendwas. Ausfreut sich. Okay, freundliches Geplauder und außerdem müsste das auch ein bisschen Spaß machen. Ich kann leider nicht. Wir können es aber verbessern. Er ermöglicht die Umgestattung der digitalen Person des Objekts. Warum geht denn das nicht? Kann für verschiedene Fortschritte aussehen und so weiter. Ich kann es aber nicht verbessern. Wahrscheinlich hat sie... Sie hat nicht genug, äh... Na, ich sag mal. Hand. Also, sie hat nicht genug Geschicklichkeit, davon gehe ich mal aus. Aber irgendwie ist das cool. Ich finde das schön. Erzähl mal einen Witz. Okay, mal, jetzt kann ich mit ihm auch kommunizieren. Vorhin kannte ich nur normale Sachen. Jetzt kann ich mich richtig unterhalten mit ihm. Roboterherrscherpreisen? Schwärm doch mal. Ich werde nie wieder mit der Bürste die Haare kämpfen, versprochen. Oder mir. Na gut. Na ja. Und? Na, kick doch mal. Das geht doch richtig los. Ist... Na, ich sag mal. Das ist der beste Freund. Freundlich hier ein... Freundliches Geplänkel. Hat sie nun eigentlich jetzt ihre Rechnung bezahlt? Ich glaube schon, ne? Stimmt, sie war ja vor der Tür gewesen. Habe ich schon mal völlig vergessen. Kuck mal, hier ist deine Nachbarin. Die ist doch auch eigentlich ganz okay. Wohnungsschlüssel geben wir ihr nicht, aber wir verschönern ihr mal den Tag. Und so richtig happy ist die nicht, ne? Wir brauchen ja unbedingt irgendwelche Freundschaften irgendwie. Tja, wer weiß, vielleicht können sie sogar mit unserem Klo beste Freunde sein. Frag mal nach dem Tag, warum hängst du denn so durch? Warum siehst du denn so doof aus? Sie braucht Spaß. Hat denn ihnen ja irgendwie was computermäßiges? Hat sie doch. Komplett nochmal über Veränderungen in der Nachbarschaft und dann... Sie hat hier keinen Computer. Rumzustehen. Vielleicht müssen wir irgendwo hinfahren. Vielleicht sollten wir Penny Pizzas mitnehmen. Über Grundbesitz plaudern, über Geschicklichkeit reden. Okay, du willst nicht weiter mit ihr reden? Soeben... Penny sind soeben beste Freunde geworden? Ja, dann red doch einfach weiter. Vielleicht... Nee, bitten, einzuziehen ist ein bisschen doof. Also, ich sag' ich ne hübsche. Nach Kreditfragen... Klopf, klopf, wieso kann sie nach Kreditfragen? Fröhlich, gut, Sammlerin, lieb die Natur. Sie hat überhaupt keinen Spaß. Das ist ja doof. Eine Fesseln-Geschichte und vielleicht nehmen wir Penny auch irgendwie mit. Denn Nick würde jetzt gerne mal nach unterwegs gehen und irgendwie mal sehen, dass sie auf ihren Spaß wieder raufkommt und dass sie da irgendwie... Na los, dann machen wir jetzt einfach mal. Und ich weiß schon, wo wir hinreisen. So, wo ist sie denn im Haus? Ist sie nicht im Haushalt? Gruppen... Irgendwie unterhält sie sich, aber ich sehe sie... Erstmal nicht. So, wir sind in der Stern-Kucker-Lunch und... Wir haben auch ein Klo zum Quatschen, aber nicht unser Klo. Und irgendwie... Kann man nämlich hier singen und... In der Stadt findet das schräge Humor und krasse Speziesfestival statt. Klick auf eines der Dymann-Namen, Schilder und so weiter. Das wollen wir aber gar nicht. Nalina erzählt Witze hier. Das sind wirklich... Oh, guck mal. Dashi, jetzt ruft Dashi an. Hast du Interesse am... Hast du Interesse zum schräger Humor und krasse Speziesfestival zu gehen? Ich habe gehört, die Tees sollten da ziemlich cool sein. Du weißt ja was. Vorhin hast du mich einfach hängen lassen. Und jetzt... Komm mal nicht mit. Sing mal Solo und sing einfach mal eine Runde Haus. Und dann... Boah, was soll man noch, Alter, aussuchen? Und ich würde sagen, Enya fängt mal an. Und das macht nämlich auch Spaß. Wo ist denn Penny? Das ist ja doof, dass sie... Oh Gott. Grottenschlecht würde ich sagen, hier ist Penny und den können wir gleich nochmal ein Duett anfangen. Singen, eins. Ho, im Chor hört sich richtig gut, ne? So, ich würde sagen, heute war es schon mal ganz cool und für den ersten Auftritt... Und... Naja. Gut. Sagen wir nichts weiter dazu. Los, denn jetzt wollen wir noch ein Duett hören von euch. Ein Country. Natürlich mit Penny und nicht mit Nalina. Weil Penny hat uns eingeladen. Guck mal, da ist sie. Was wollen denn die ganzen Omas hier? Und die konntet ja schon mal ein Süd. Hier ist Sunshine. Wie alt rumläuft, ja? Alina hier, total jung. Irgendwie ganz andere, also Seniorin ist nicht jung. Und hier hinten läuft Susi. Und sie sieht ja auch dolle aus. Ja, zu zweit klingt aber schon cool. Wohnungsstüssel kriegst du trotzdem nicht. Wir erzählen dir eine Geschichte und Kompliment über Outfit. Und außerdem können wir dann zwischendurch mal gucken. Wir kennen ja schließlich eine ganze Menge und unser Klo. Und gucken... Ach, guck mal, da ist hier gar nicht drauf. Das ist ja doof. Wohin unser Klo eigentlich wohnt noch nicht zu Hause. Schade. Oh, das ist zu schade. Hunger hat sie. Können wir mal gucken, ob wir zu essen kriegen hier. Und in unser Inventar sollten wir mal schauen, weil diese Lampe erinnert mich daran, dass wir die irgendwie... Dass wir die irgendwie mal gekauft haben. Was bestellt sie? Nee, nicht vorstellen. Essen bestellen und... Jut. Pita und Hummus. Tapas. Jut. Manche Sims sind auch überall da. Ach, siehst du immer noch Witze? Nalina hört gar nicht auf, Witze zu erzählen. Doch jetzt hat sie sich irgendwie verabschiedet. Du kannst mal Fotos mit dir teilen. Jetzt haben sie irgendwie beide die gleiche Automatik und... Ein Tag verschönern. Hat sie jetzt gar kein Essen bestellt? Ach, sie hat es dann wie... Übernach und Tratschen. Wer sinken jetzt hier? Ein junger Mann, der sinkt aber auch komisch. Stefan will... Was, Stefan Weber? Wer steht dir denn auf den Füßen, ey? Kannst du mal einen Wunderung ausdrucken? Ausdrücken, nicht ausdrucken. Nalina hört gar nicht auf, Witze zu erzählen, sage ich doch. Und Kim hat heute den Wollpullover rausgeholt, weil draußen kalt ist. Ach, mal Witz über alte Zeiten. Irgendwie muss ich doch mit ihr... Das ist total schwer, mit ihr irgendwie Freunde zu werden. Und ich will nicht nach Kredit fragen und... Vielleicht stelle ich mich auch nicht vernünftig an, irgendwie. Okay, beste Freunde werden... Vielleicht reicht das schon. Nein, jetzt haut sie ab. Warum tut sie das? Oh Mann. Voll die Krise. Gut gesungen haben wir und... Penny haut ab. Im wichtigsten Augenblick. Sag ich mal, da drüben läuft Melanie. Hat irgendwie ihre ausgekleidung an. Okay. Wie geht's ihr eigentlich? Eigentlich schauen wir nach anderthalb Stunden dieses Festival. Hunger hat sie und Hygiene hat sie auch ein bisschen. Gucken. Na los, dann gehst du schnell mal duschen. Erfrischende Dusche, ich sitze raus. Ja, ein paar Sit-ups sind schon wichtig zwischendurch. Verdorbenes Essen aussortieren. Dann machst du das mal eben und dann schauen wir mal, ob da noch was isst. Und dann wissen wir, ob ich es zum Festival noch schaffe. Ich wahrscheinlich nicht. Dann sollte ich vielleicht da was essen. Und dann lasst es Marcel mit dem verdorbenen Essen aussortieren. Sondern wir reisen mal zum Festival. Ich muss jetzt mal gucken, ob welchen Platz das eigentlich ist. Wo sind denn bloß diese Schilder? Ne, die sind das nicht. Und hier ist auch nicht der Platz. So, Festivalinfo anzeigen und die... Schräger Humor und krasse Späze-Festival. Hm. Zum schräger Humor und krasse Späze-Festival reisen. So einfach ist das. Dann brauch ich nämlich ja nicht lang kicken. Hat sie jetzt wenigstens fertig geduscht. Irgendwie nicht... Okay, heute haben wir ganz andere Sachen an. Unsere Lust hier und Sachen sozusagen. Wettkampf zwischen Wissbollen und Spaßflügeln hat begonnen. Wie lang geht denn das noch? Guck mal, hier drüben ist nämlich ein Feuerwerk. Und hier könnt ihr auch garantiert was essen. Was soll das? Ach so, bei dem muss ich ja anklicken. Vorstellen, kokett essen bestellen. So, wir essen Faux und... Guck mal, wer hier so alt rum sitzt. So, hier drüben ist schon mal... Suya Kumar. Und hier ist Aisha. Shafiq. Okay, setz dich einfach in den Tisch. Die Sims sind da einfacher als Menschen. Und hier drüben ist Kim, die da steht. Und hier ist Aileen Ambrosia. Gut, die ist ja eigentlich ganz niedlich und das... Hier ist Aileen und hier ist das dann Ellen und wie auch immer. So, sie hat... Sie hat irgendwie die Wude-Pupu dabei. Nalina ist das. Nalina hat coole Sachen an. Sie verfolgt es heute. Sie dauert die ganze Zeit. Dois, let's play. Hat sie nur oft gegessen? Ja, hat oft gegessen. Okay, da hat hier irgendwie ein Spaß... ein krasse Späße-Festival ist. So, wer ist denn das jetzt hier? Keiner. Das ist Aileen. Junger Wachse, da stellst du dich mal vor und dann... Die ist... Eissüß. So. Macht sie gar nicht. Warum macht sie das nicht? Achso, jetzt... Hat Donner geklappt. Herzlichen Glückwunsch. Enya hat die ersten Schritte... Achso, ihrer kulinarischen Reise... Ja, das haben wir irgendwie schon mal gehabt. Es ist total schwer, irgendwie die Sims hier anzuklicken und... Irgendwie gucken wir euch auch nicht von vorn an. Gut, ein bisschen geht's hier wahrscheinlich noch auf dem Festival und so lange dürfte das aber gar nicht mehr funktionieren. Erzähl mal ne feste Geschichte unten. Von Interessen schwärmen. Denn eigentlich von der Zeit her müsste das Festival auch zu Ende sein. Deswegen war wahrscheinlich auch das Feuerwerk. So, von der Tür schwärmen... Die quatschen noch ein bisschen und ich sage zu euch mal... Schön, dass ihr hier aufwesend seid. Wenn's euch gefallen hat, wenn's euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, schreibt mir in den Kommentar und lasst uns gut gehen. Tschüüü! I can't past Deathstriam